Wie häufig machst du tatsächlich von oben bis unten, Marisa, den ganzen Körper? Weil es ist ja tatsächlich oftmals doch auch so ein Beauty-Tag, den man sich dann nimmt. Toll. Also ich muss sagen, mit der Creme, das ist eigentlich ganz gut, weil ich finde, die kann man einfach nach dem Duschen auftragen. Aber was ich da oft mache, das ist so mein Trick 17, dass ich wirklich nur Körperpartien eben eincreme. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe nur einen kurzen Rock an, dann mache ich einfach wirklich die Beine ratzifatzi. Das geht dann auch so schnell. Und ich finde bei dem, also bei der Creme, ich kann es aber nicht so gut aussprechen, da finde ich, bei Drops auch, man wird halt nicht fleckig. Das ist für jeden Anfänger geeignet einfach.